Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Aloe Original. Mein Name ist Luisa, ich bin gelernte Kosmetikerin und die Produkte-Expertin hier und ich möchte dir heute ein Produkt vorstellen, das auf gar keinen Fall in irgendeinem Haushalt fehlen darf und das ist unsere Aloe Body Wash. Also erstmal ist dieses Design einfach nur wunderschön, oder? Findest du nicht? Also irgendwie hat es was ganz Besonderes und es ist auch etwas ganz Besonderes. Es ist nicht einfach irgendein Duschgel, sondern es ist ein unglaublich hochwertiges Duschgel. Wir haben hier die volle Power der Aloe Vera drin, wir haben irländisches Moos mit drin, Anika mit drin. Das wirkt beruhigend. Wir haben hochwertige Öle mit drin, die die Haut nähren und du gehst hier nicht einfach unter die Dusche und duschst dein Duschgel wieder ab, sondern du wirst hier wirklich mit allen Sinnen verwöhnt. Es ist ein unglaublich toller Duft, der ganz schwer ist zu beschreiben und ich meine sagen zu dürfen, dass er auch auf jeder Haut ein bisschen anders riecht. Das ist ja ganz normal bei Düften ist es immer so, dass wenn sie in Berührung mit unserer eigenen Haut, mit unserem eigenen Körperduft kommen, einfach nochmal ihren Duft anders entfalten. Ich würde den Duft ein bisschen holzig, ein bisschen nach Gewürzen beschreiben und trotzdem frisch und orientalisch, einfach besonders. Es ist ganz, ganz schwer. Du musst es unbedingt für dich ausprobieren. Und hier tust du deiner Haut wirklich was Gutes. Du trocknest sie während dem Duschen nicht aus. Du bereitest sie optimal auf die nachfolgende Pflege vor. Und hier solltest du unbedingt auch an deinen Liebsten denken, denn ein Duschgel ist immer ein wunderschönes Geschenk, über das sich wirklich jeder freut. Und dieses Duschgel darf nirgends fehlen, nicht in deiner Dusche, nicht in deiner Sporttasche und ist für jeden geeignet. Egal ob Mann oder Frau, dieses Duschgel lieben wir alle und du solltest es unbedingt ausprobieren. Lass uns doch mal wissen, wie du den Duft wahrnimmst. Ich finde, das ist immer ganz, ganz spannend. Schreib es uns in die Kommentare, lasst uns einen Daumen nach oben da und wir freuen uns über einen Klick. Und du bist unser neuer Abonnent. Bis bald!